ja gut dann töten wir mal aber was ist das denn jetzt hier waffenauswahl dann gehen wir mal rein es gibt's doch nicht mann ich feuer die schrot ins gesicht eigentlich mal eine neue map ist das schön hier gut zum zedeppern ich folge dem auch unauffällig aber ich werde schon angeschossen waffen weißt du es ist es jetzt geht das auch hier so wie bei contostrike wenn man gemessen wird geht man geht man ein level runter wenn es das passiert wenn das wirklich so ist dann ist das echt abdreist geklaut du du kannst messern auf jeden fall egal ob du hast du hast besser an johmesser sein ja entschuldigung ist eine separate waffe man da habe ich so gut direkt gespawnt das ist gut das ist ja richtig schnell das spiel war eigentlich schon mit mehreren leuten ich meine jetzt wo ein paar drauf sind wird sich das sicherlich bald fühlen 64 spieler soll ich dann noch das ist ja fast gar keine chance ich habe gemessert gemessert ich wurde wiederbelebt ah ne du kannst nicht es macht nur gleich die gewohnheit weißt du wenn man steht und sofort wieder wiederbelebt wird also wenn man direkt wieder im spiel ist hallo ja so ist das was ist aber warte mal ich guck mir jetzt mal das wasser an hier ist ein bisschen grün ist ja schon älter das wasser ja gut das geht jetzt nicht es geht einfach nur so er sieht stumpf aus das wasser hier ist der bank lassen wir eben sitzen ich glaube ich setze mich da nicht so einfach mal hin ja die sind mal relativ schnell wieder das ist der klassiker unter den fehlern ähm aah 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 2% der penner ja wir sind ja mit pistole alle haben schon im gs weißt du aber ich glaube ich bin mit pistole noch rum auf jeden Fall bei q98 nicht bei sich naja ich kann ja mal stehen ja wir sind nicht mehr hier das ist Thanks und wir sein zu Ja, jetzt weiter. Naja. Lässt mir noch mal ein paar übrig. Oder einer sich selbst ermordet. Ich bin's ja nicht. Ich bin ja schön, wenn ich mir hier... Lächelt mir mal Level 1, ey. Kills von 1. Ich habe auch die beschissenste Knarre. Ja gut, sollte anfangen, aber trotzdem. Ist ja voll unfair, wenn man hier erstmal anfängt. Ey, glaub mal, die Pistole ist noch schön liebe. Das war wie dieser Autopumpgun hier. Funktioniert ja irgendwie mal gar nicht richtig. Aber wo du sagst, das wächst. Also so kross ist es bis jetzt nicht, ne? Also bei mir schon. Ja, die 93, äh die 97. Äh, warum hat nicht meine geschossen? Und meine hat gar nichts gemacht. Ach jetzt? Ja, jetzt schießt sie, natürlich. Wow. Oh, hier geht's ja noch runter, hab ich ganz vergessen. Heieiei, wie im Trailer. User joined your channel. Ach, wer kommt denn jetzt? Wer kommt denn da? Könnt ihr es schon wieder nicht lassen. Müsst ihr wieder zocken. Komm mit rein. Hab gerade runtergeladen. Hey, das ist lustig. Macht Spaß, wa? Ich bin voll am Versagen, aber sonst... Vor allem, diese Fairness, wenn man später reinkommt, weißt du? Ach na ja, das geht, also. Ich finde das nicht unbedingt unfair, also. Ja. Naja, das ist schon... Das ist relativ gut machen, mit Pistolen trotzdem. Ja, natürlich. Hab ich jetzt auch gerade geschafft gegen einen MG-Tipp. Du brauchst ein bisschen Glück, ist klar, aber... Umso geiler fühlst du dich, wenn du es noch schaffst, ne? Ja, ich fühl mich auch gerade geil. Aber das passiert ist ja eigentlich permanent bei mir. So. Alter, ey, ey. Wenn das nicht so lecken würde bei mir, dann wäre ich echt glücklich. Also bei mir läuft's flüssig. Ja, das ist ja so. Also ich glaube, du's bei mir auch. Das Problem ist aber einfach, ähm... Das... Fäger, guck mal in den Chat hier. Ja, was ist der? Da hab ich einen Link gepostet. Chat? Nee, den seh ich nicht. Ich über Battlefield. Ach so! Oh, ich darf schon. Wollen wir mir garantieren, dass ich nicht abgespeilt werde? Na, muss das... Oh, Alter. Das sind ja wieder 10 Kilometern. Ich seh keinen Link von dir, ich seh den Link von Heiko. Ich hab's aber auch rausgeschickt. Ja, du bist mit dem... Alter, das geht gar nicht. Ich werde übelst... Zurückgesetzt jedes Mal, wenn ich... Echt? Bei mir ist das gar nicht... Ja, da ist es richtig. 528er ping, man. Oh ja, das ist... Oh ja, das ist... Das ist einiges. Hä? Wer doch hat ein Gegner. Bleib stehen! Finde ich besser. Okay, hält mich. Ja. Okay. Das war ziemlich schlecht von mir. Da war mir ein 5 Minuten. Ach, du warst es. Ah! Ah! Ja, aber die haben auch in die Fresse gelaufen. Was ist das denn? Was, Mann? Ich hab schon ewig auf den geschossen. Was ist mit dir? Du hast auch ein 500er ping, da kannst du noch nichts erwarten. Nee, das ist wirklich ein 500er ping. Komm mal in unseren Team. Ach, da geht ja gar nicht. Die Apps sind doch interessant gestaltet diesmal. Ja gut, bei der Größe kann man ruhig ein bisschen detaillierter vorgehen, ne? Bei was? Bei der Mapgröße kann man ruhig ein bisschen detaillierter vorgehen. Oh, und auf jeden Fall viel Schadensmodell haben sie eingebaut. Boah, der war noch 533. Der war Lackshot, glaub ich. Also, der war gemixt mit Skill, aber... Ja, ich glaub, 60% war gerade Glück. Rot ist tot. Scheiß auf Lack. Du hast keinen Zweck, das zu analysieren. Ach, hier geht's weiter. Boah, du hast auch immer überall auf, ey. Verfolgst du mich? Ach, hier geht's auch noch weiter. Jetzt, ja, 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 geh rüber. In GRR hinüber. Ja, sack das so. Oh, das Spielprinzip haben sie definitiv von Modern Warfare 3 kopiert. Von Contest 2? Das ist ein E-F-Strike, ja. Von Contest 2 hat es kopiert. Contest 2 hat es als L der erste es gab. Ist zwar kein offizieller Mod gewesen, aber es ist eine Mod gewesen. Oder? Call of Duty hat... Keine Ahnung, ich hab noch nie wirklich Call of Duty gespielt. Auch nie Call of Duty gespielt, aber ich weiß, dass es da das Spiel Gun Game gibt. Ja, Gun Game gibt's ja für Counter-Strike. Gun Game gibt's nur auf Counter-Strike und das nur als inoffiziell. Ja, aber dann ist es halt bei Dingens. Ah, da waren wir uns weiter. Weißt es, ähm... Auf jeden Fall gibt es das bei... Ja. Call of Duty fest im Spiel intrigiert. Und da läuft es ungefähr genauso. Boah, hast du da das Problem, wenn du stirbst, wirst du wieder zurückversetzt. Sag mal, wer schießt denn da mit der übelst krassen Knarre? Du, 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 was ist das denn? Das ist die Autoshot-Genera, die hat bei mir voll wenig Effekt. Die klingt voll, als wäre... Ja, du hast auch... Okay, das ist wie der normalen Ping. Das bringt trotzdem nichts zu lenkig. Hä? Okay. Habe ich gar nicht richtig getötet. Gleichzeitig. Ja, ich... Ich muss mehr Spieler. Schieb mal den einen rüber und schieb dann mal weit rüber. Sag mal, ey, bis man hier einen Gegner sieht, ne? Ich latsche hier mehr die... Ich geh mal unten. Unten war ich noch gar nicht so wirklich. Ja, das ist halt scheiß auch klein, wenn nicht so viele Leute da sind. Ja gut, die mehr bist du jetzt auch nicht so riesig, ne? Ach, hier geht es gar nicht weiter? Ach, hier liegt wahrscheinlich dieser Domination-Modus. Dieser Punkt. Zwei Eingänge raus, aber ganz schön schwer einzunehmen. Die sterben alle um mich rum, aber ich seh keinen. Also ich seh... Also die Gegner sterben um mich rum. Mein Gott, ey, man sollte echt an der Position festhalten, irgendwie, was weiß ich, hier so. Kabeljaggen oder sowas. Ja, so groß ist sie jetzt auch nicht. Also ich hab glaube ich schon alles gesehen. Im groben. Die Map ist auch nicht besonders groß, aber es ist halt trotzdem nervig. Man kann... Man läuft so schnell aneinander vorbei. Ah, Gegner! Oh Mann. Ha, gemessert. Hat er ihn, hat er ihn. Nein, Mann. Aber es ist eigentlich gar nicht... Ähm, also es fördert auch den Skill, wenn man auch mit anderen Waffen mal spielt. Weil ich hab ja die Gewohnheit irgendwie nur mit ein paar Waffen zu spielen. Ja, du arbeitest, du kriegst ja auch die ganzen Zusätze. Also wenn du deine Killster machst, kriegst du ja auch die Visiere und sonst wie alles. Warum läuft der nicht in meinem Rudel, der Gegner? Ich hab weit angeschossen, der ist um dir gelaufen, der hinterher und hinter mir war dann... Wo? Da ist noch einer am Leben. Ja, wir sind so festgesteckt! Das gibt's doch nicht, Mann. Warum sterben die denn nicht? Es ist aber nur bei dir, bei mir ist jetzt nix aufgefallen besonderes. Ja, dass ich... Wie gesagt, ich kann's mal aufnehmen, das ist... Wie will... Ich schieß manchmal auf die Leute ohne Ende. Ey, ich erstreiche mich immer jedes Mal, wenn die Waffe gewechselt wird, da denk ich, da werd ich gemessert. Aha! Ah! Ah! Bah! Ne, nicht Pumpgun, aber... Oh, Mann! Hilfe bei Kill! Rrrr! Ich find's interessant, dass man hier unendlich Einbau hat. Ne, er muss ja. Ja, wenn du kein Medi... äh, kein Ding ins Päck hast. Dann willst du die ja... Boah, eine Fresse! Kannst du dich nicht mehr aufknallen lassen? Du hast die rechte Pumpgun, da stimmt irgendwas nicht. Wow! Ja, das ist das Geilste, wenn sie einen nehmen, einen spawnen, weißt du? Ja. Da fällt mir jetzt schon auf, dass er mir ja richtig auf den Sack gehen wird in der Zukunft. Was wird das? Meine Waffe hat nicht mehr weitergeschraubt! Was hat das? Was? Da hast du mir einen Kopfschuss gegeben, du Arsch. Sehr schön. Meine Waffe hat einfach blockiert. Nach drei Schuss aufgehört. Ja, mit einer Spaz! Ich will's aber mir. Ich wollte dich mal antatschen. Ah, er hat nicht mehr viel! Ich brauch den Kill. Oh, hier fliegt eine Waffe schon. Die ersten Bugs. Oh, das gibt's doch gar nicht! Fick die Hände an der Wand! Ganz gegen die Wand? Nein, fick die Hände an die Wand! Ach, fick die Hände an die Wand! Ja, das... Kein Kommentar. Wir wollten das alle mal tun. Ja, hier sind auch so viele Räume, ne? Ich geh jetzt mal baden. Fuck you! Was meinen Sie, was er sagen würde? Fuck you! Fuck you! Ey, weißt du, du musst ja permanent um die Ecken gucken. Ganz ehrlich, dieser Spielmonus hat immer echt noch ein paar Bugs drin hier. Ja, hallo! Der ganze Spiel hat... Der ganze Spiel ist ein Bug, ne? Ja. Ah, ja, ja. Oh! Okay! Bei mir ist es auch geleckt. Ich war schon tot. Und nach... Und obwohl ich ihn nicht mehr weiter geschossen hatte, ist er auch gestorben. Also ganz komisch. Das war ja zeitverzögert. Ja, das... Sagen so viele, dass da halt noch einiges spinnt. Gerade, was hier diese Lags angeht. Irgendwas stimmt mit den Servern. Ja, das ist der Vorteil der Premium-User, ja? Ja, alles weg. Wir entpacken dann nur das Spiel. Ja. Peter-Tester. Eigentlich habe ich ihn auch nicht getroffen, aber... Irgendwie doch. Habe ich jetzt Scar? Was ist das? Oder... Nö. Keine Ahnung. Die Visier und so sind auch, glaube ich, Zufall, oder? Ja, alles. Alles Zufall? Ja, super. Ich will mal einen Holo haben. Geht schon krass auf die Augen. Oh, was ist das los? Bei mir lag das. Übelst. Ah, ja. Keine Scheiß drauf. Wurde eigentlich Messern, aber... Okay, bei mir ist jetzt Übelzeit verzögert. Und ich habe einen Pink von 14, ja? Also... Achja, White. Ne, White. Ich nehme gerade auf, ne? Achso. Das ist ja... Äh, das ist so... Also jetzt nix... Keine privaten Sachen, so. Das ist ja... Was vielleicht... Es ist ja nett, dass du das nach fast 20 Minuten sagst, endlich mal. Oh, ich habe drei Kills gehört. Mann, ich könnte... Ich könnte ja jetzt über unsere sexuelle Beziehung geredet haben und so, ne? Ja, das ist ja sowas. Ja, das wollen wir jetzt nicht. Vertiefen. Ja, verstehst du? Vertiefen. Scheiße. Du anal-fetischist. Ich habe gesagt, ich nehme auf. Erzähl nicht so viel über mich. Oh, hm. Ja. Fans haben ein Recht darauf, das zu wissen, was... Er wäre jetzt auch ob zu wissen. Ahhhh. Ahhhh. Er hat einen schweren Lauf. Ich kack mir in die Haus. Vertikal Gameplay. Yeah. Oh, der Dürun. Was ist der Dürun? Der Dürun. Hör, der Dürun. Der Dürun. Viele haben auch... Ich kenne einige Typen... Oh, Gegner. Hör, Leck. Ey, das war's aber... Ey, noch einer? Oh, noch einer. Oh, jetzt habe ich eine Pumpe. Ich bin jetzt bei... Immer noch bei der? Oh, hallo. Skar, jetzt wusste ich doch. Ich habe gerade eine Pumpe. Es sah mir gerade so aus, dass viele Waffen auch ähnlich aussehen. Ja. Skar hat eine ziemliche Ähnlichkeit mit der AUG. Ja, die haben schon keinen Bock die Skins neu zu machen, weißt du. Nehmen einfach die selben Skins und äh... Packen andere Werte drauf und zack, haben wir eine neue Waffe. Eine Lösung, ne? Ja, einfache Lösung. Im Grunde ist das nur ein bisschen Programmieren. Eine Sache von fünf Minuten wahrscheinlich. Ja, Copy and Paste. Ah, was war das denn? Oh, Sniper! Ach, nö, ne? Ja! Ah, nee, doch nicht Sniper. Ah, MG! Das ist ein MG, hörst du. Die Sniper kommt aber noch. Ich habe fünf Prozent. Medic! Give me medic! Du bist medic! Give me medic! Das ist hier... Ich habe hier keinen medic. Give me medic! Vor allem, wenn ich sehe ich alles schwarz-weiß. Das ist auch ganz cool. Okay, jetzt geht's wieder. Geht's doch nicht! Oh, eigentlich wollte ich den Messer, aber okay. Dann bringt aber nichts, Dude. Ich weiß nicht, aber das ist einfach cool. Das müssen wir noch irgendwann mal testen. Ja. Das wie bei Counter-Strike ist, wie Micha meint auch schon. Weil bei Counter-Strike war es ja so, wenn jemand gemessert hat, dann ging das runter. Ein Level zurück, gehst du dann. Und wer gemessert hat, kriegt noch ein Level hoch. Direkt, direkt, instant. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt hier ist. Oh, einer hat schon das letzte Level erreicht. Ist ja schon Musik. Nee, es sind noch zwei Level. So, ich habe jetzt einen gemessert. Und das Level ist zum Beispiel bei mir jetzt nicht aufgestiegen. Nee, bei dir nicht. Ja, guck mal, ich kann mal schlecht sagen. Ey, sag mal schnell, den ich gekillt habe. Ah! Panik! Oh, wir haben den Kill geklaut, ey. Sorry. Hä? Ich dachte, die Lampe wäre ein Gegner. Blöde Lampe. Du Kackenhoop. Hier liegen auch voll viele davon. Warum sind denn hier so viele Lampen? Der Fläche liegt ja da anzudunkeln? Ja, Mann. Da gibt es einen Raum, wo ich jedes Mal mich hindrehe, weil ich denke, da gibt es einen Gegner. Ja. Ja, vor allem, wenn du durch die Räume da bist, dann musst du erstmal durch alle Ecken gucken, weil da könnte sich einer... Boah, das ist echt Camperhausen, habe ich das Gefühl. Ich sehe in Zukunft schwarz. Hier blühen die Camper auf. Hier liegen gleich. Vor allem die Visiere, ey, das ist doch so hässlich. Ah, da habe ich einen gesehen. Aber der Vorteil ist halt, man lernt halt mal mit allem zu spielen. Ah, da ging doch nicht. Ja, komm, ich hatte nur Prozent, Mann. Da kannst du nicht... Ja, komm, Junge, da habe ich dich durch, äh, durch die... Mann, Gegner, lass ich nur rum! Oh! Sorry. Ich bin... Ja, nicht sorry. Jetzt habe ich die Sniper, na super, ey. Ist ja irgendwo... Ja, ja... Ich kann... Aaaaah! Scheiße. Habe ich zu spät gesehen. 29 Prozent. Fener. I'm sorry. Da, ich habe wieder Musik. Oder ist das... Ist das... Level-bedingt. Das gibt's doch nicht! Haaa! Oh, tough! Ey, mein Kollege ist da! Ha! Ja, hab ich schon lange nicht mal gesehen. Er ist, äh, damals in unsere... äh, aus unserem Clan raus geflogen, weil er nur scheiße wurde. Also, denen nicht, äh, Freundschaft... Anfrage schicken oder so. Ja, genau. Baut der Scheiße? Ach, keine Ahnung. Will ich jetzt auch nicht vertiefen. Ist ja auch ein bisschen... so... intim und so. You know? Ja, wenn... Kannst doch nicht mit so'n Thema anfangen und dann, äh... Hahahaha! Ah, ich hab Sniper! Merke ich gerade eben so. Und was kann man denn großartig an Scheiße bauen? Ey, lord! Das heißt ja nicht, dass er Scheiße baut im Sinne von... im Spiel Scheiße baut, sondern einfach untereinander. Ja. Ja, in den Spiel auch. Hinzugefügend. Alter, mit der Sniper ist doch so scheiße. Mit dem Scheiler sieht's doch so einfach aus. Die kommen einfach nur auf die Zuerand und BOOM! Ja, das versteh' auch manchmal nicht. Die Meter Entfernung, der Headshot sofort weg. Wenn ich was mach. Ja, dieser, 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 dieser eine hier, ne? Dieser 666 irgendwas. Ja. Der ist mir nicht ganz großer. Doch, der ist... Ach, der ist... Teilweise noch ein Pfaffdum. Jetzt ist jemand vorlässt sie dafür. Ey, ist das hier wahr? Ich triff ihn einfach nicht. Oh, es kommt ein anderer und tötet mich. Mann, wer klaut denn hier meine ganzen Kills? Der stirbt! Ah, ich brauch zwei Kills, ne? Verdammt! Ich dachte, ich hab jetzt irgendwie ein Level ab. Soll ich schnell den rauskicken, wer letztes Level ist? Boah, du Arschloch. BANN! 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 Ah! 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 Aha! Noch ne Sniper? Ach, nö, noch so'n Verschluss-Sniper. Ein Verschluss-Sniper. Ganz geil. Die... Ach, die Scheiße ist die. Aber ich hab, äh, mit, äh, Dingens. Mit was? Ah, ich hab Dingens mit Laser-Pronter. Ja, die hab ich auch. Nochmal Treffer. Wo, noch ein Schuss? Ich hab dich tre... Ich hab dich treffen lassen. Ja, ist klar. Äh... Gibt's doch nicht. Hab gerade in den feindlichen Sniper gesichtet. Hast du ihn twittered? Da ist noch einer bei dir gewesen. Ah! Hab ich. Auf deinen Rücken aufpassen, meinen Freunden. Ich hab, ich hab auf meinen guten Kollegen aufgepasst. Ich hab auf seinen Rücken aufgepasst. Aber er passt auf meinen Rücken auf. Nicht weit. Da finde ich, die sollten das einführen, das mit dem Messer. Weil hier zum Wässern ist auch ne Kunst. Ah! Nice! Headshot! Aber du hast recht. Äh, jetzt hab ich den 120. Garnatenwerber. Ja, das ist super Level. Gefällt mir. Kann man nicht machen, dann hab ich ja auch das Ding. Du kannst einfach nur irgendwo hin und hoffen, dass da jemand rumläuft. Oh, was? Headshot, du Spackarsling erwischt. Vor allem... Oh, okay, jetzt hab ich nur noch ein Messer. Oh, scheiße. Wenn jetzt ein von uns Messer ist, dann ist das Spiel vorbei. Rapper, wer... Guck mal hinterher. Oh ja, mach mir jetzt auch Schiss hier. Wir treffen uns beim Swimmingpool, ne? Das Swimmingpool, sagst du? Denk dran, er hat ne Waffe. Ja, ich weiß. Weißt du daran nicht jetzt hin? Ja. Nein! Ich hatte ihn fast gemessen, der einer hat ihn geschossen. Ja, vor allem, wie willst du jetzt hinter einen in den Arsch treten? Ah! Ey, das leckt! Ey, nein! Nicht töten! Nein! 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 Oh mein Gott! Alter Schwede! Ey, ohne Scheiß, hinter dir war ein anderer. Und den konnte ich nicht messern. Der hat voll gelegt. Ah! Ah! Nochmal! Ja! Ich hab ihn! Nein! Erstes Spiel gewonnen, Junge. Oh, das war anstrengend. Das mit dem Granatwerfer komm ich nicht klar. Boah! Ich weiß, dass die ja noch kurz liegen bleiben auch noch. Oh! Was jetzt passiert? Oh Gott! Er selber hat den Spiel... Äh, super. Haha! Nette Runde, nette Runde. Ja! 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 Ja!